Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge 1 vs. 1 und heute spielen wir auf dem Timolia Server und ja, ähm, auf jeden Fall, ich wollte ja mit dem Gamer B immer wieder, wollte ich wieder aufnehmen, aber wir wollten 2 vs. 2 machen, aber keiner hat irgendwie was, also ich habe hier auf die, ich habe einfach den Gamer als Team geändert und dann einfach auf die Warteschlange geklickt, mit Linksklick und dann, aber es ist nichts passiert, wir haben 10 Minuten gewartet, kein einziger Mensch hat hier irgendwas, jeder Gamer, einfach, ich gehe einfach in die Warteschlange und dann kannst du kämpfen gegen den und dann musst du kämpfen gegen den, jetzt trau dich einfach ein bisschen kämpfen, Goldapfel essen, dann hast du keine. Warte, ich muss ja ganz kurz bei, zu, Kit egal, eigenes Kit, so, nein, ich töte jetzt gleich mal einen, und getötet, bam, einfach auf die Warteschlange, einfach, 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 einfach warten, und dann, das ist, das ist ein Kit, ja, Wartgamer, ich helfe dir gleich mal, dass du, dass du was anderes hast, immer. Ja, auf jeden Fall, ich spiele es einmal in der Runde, eins wird das eins, und ich bin runtergefallen, hast du ihn getötet, sauber. So, Leute, es leckt gerade, es leckt gerade echt hart, warum weiß ich gerade echt nicht, Leute, Alter, boah, Alter. Boah, war das gerade hart am Lacken hier gerade, kann der Malse gar nicht sein, ich... Wartgamer, töt ihn. Warte, Leute, so, Leute, da bin ich wieder, und, ja, es geht weiter, ich musste gerade kurz AFK gehen, kurz, also, ich muss ganz kurz weg, ähm... Ja, auf jeden Fall, ich spiele mir natürlich eins, was ist eins... Ja, wahrscheinlich, der mit seinem Scheiß-Baum hier oben. Ja, er, er geht einfach so auf den Baum, und, äh... Er bewertet, er markiert mit einer 4, Alter, so ein Wichser. Ey, er geht auf den Baum rauf, gell? Äh, ähm... Hä? Denkst du... Wie viel Leben hatte der? Der stand da so... Einfach mit dem Kopf runter... Alter, ja... Oh, tot. Warte, du kannst das Kid bewerten. Ja, nee, schlechtes hat er. Sehr schlecht. Mit einer 6 hast du. Warte mal, Gamer. Weil, Alter, was hat der für ein schlechtes Kid gehabt? Also, der hat schon ein gutes Kids gehabt, aber... Warte mal. Warte mal, Gamer, warte mal, ich bin gleich da, warte mal. Warte, geh noch nicht rein, irgendwo. Alter, ja, der Typ schon wieder, oder wie? Warte, Leute, bis... Warte, Leute, bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder, äh, und ich geh mal gleich in die Warteschlange. Vielleicht kämpf ich sogar gegen dich mal. Nein. Ja, raufst du. So, jetzt. So, jetzt. So, erst mal hier Gold abzuessen. Und dann... Und gleich mal rauf, gleich mal rauf, Leute. Das könnte... Leute, das könnte was werden, gleich. Alter, ein Herz. schaffst du vielleicht hast du gekriegt sauber so leute auf jeden fall ist ich werde jetzt ein bisschen eins der einst der gamer spielt auch ein bisschen einfach gegen irgendwelche leute das dauert immer ein bisschen ein bisschen dauert das leider aber ich kann nicht einfach nichts machen das ist das ist normal du musst einfach schauen wenn irgendjemand ja jetzt alter nein hab ich dann gerade den kampf gewonnen immer gamer immer am afa gold apple essen Hab ich's doch, Mann! Machst du? Der Typ muss aber, obwohl das Heck das ja vom Wald nicht schlagen kann, guck mal! Guck mal! Das ist doch eindeutig, wie der Heck vorbei ist hier! Dann schreiben wir's nach Heck, ist ja egal. Heck! So! Hat's doch! Alter! Alter, der hat nicht, glaub ich, der hat nicht... Also man kann nicht nur warten, das ist so ein langweiliges... Man muss halt immer warten, dass man halt... ...rein kann. Der hat nicht, glaub ich, auch... Heck, Alter! Schon wieder! Schon wieder! Das ist der! Alter! Das ist der! Das ist der! Ja... Heck, hör wieder einfach. Ich sind die Zauern, Leute, die jetzt... Ich hab's mal... ...die in die Bezug auf die Bezug auf den... Warte, ist schon wieder der gleiche Typ, ey! Ich zerficken den aber... Warte, Leute, ich zerfick den jetzt aber... Der glaubt mir jetzt echt nicht, der wird gleich sowas von sterben. Alter, der... Der steht auf K. Kick ihn, kick ihn. Und hab ihn gewonnen, weil der steht einfach auf K. Der steht auf K. Nice hatch, hab ich mir gedacht gemacht. Das ist der Typ, der, glaube ich, der AFK ist. Leute, der ist AFK einfach immer. Sauber, Gamer. Hast du den schon wieder? Nee, warte mal. Alter, Leute, das ist so geil. Immer, wenn man Leute hat, die AFKs, und da kann man sie immer gleich schicken. Ich meine, das Stärzchen ist auch nicht so gut, also... Ey, wartet jetzt nicht. Und they won't realize they're alive till they died. Ich geh mal wieder ins K. Oh, nein, das ist der Typ. So ist der Typ, gerade. Da ist ja noch einer. Da ist er. Da ist er. So. Das Iron Man ist schlecht, eigentlich. Ja, der heizt euch. Der ist schlecht immer. Den musst du immer gleich schicken. Den, den kriegst du. Mach den. So. Der ist schlecht. Der ist schlecht. Das Compass ist schlecht. Der ist schlecht. Ist einfach. Der ist schlecht. So. Das ist schlecht. Alter, nein, ein halbes Herz hat er gehabt. Warum brennt er? Warum brennt er? Nicht so wie der Mapp. Wollte Apfel eh mal essen? Ich bin kein... Das ist die gleiche Mapp, Alter. Ich spiele auch die Mapp. Der heckt ein Lauf. Ich bin kein 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 Lauf. Eine Runde machen wir noch. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Alter, der... Ja, der hat mich. Ich habe nie Zeit. Der steht noch immer auf. Der steht noch immer auf. Der steht noch immer auf. Ich habe nie Zeit, mein Goldapfel zu essen. Ohne Schein. Das macht Spaß eigentlich. Ich habe schon wieder einen Typ aufgenommen. Echt? Dieser Album ist so schlecht. Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Cassidy, warum? Das ist eh geil. Das ist eh geil. Ich habe... Ein High ist auch schlecht. Das kannst du auch sehen. Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Wie kennst du das? Warte mal. Ich bin jetzt gleich. So, ähm. Das war's. Das war's. Und... Ja, tschüss. Was? 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 Can you... Was? Was?